Mojang möchte Steve aus Minecraft entfernen? Das ist vielleicht etwas überzogen, aber trotzdessen ist Mojang dabei, einige kleine Dinge an dem bei uns so bekannt gewordenen Charakter zu verändern. So plant das Minecraft Entwicklerstudio, die bisher 4 Pixel breiten Arme des Charakters, auf nur noch 3 Pixel einzukürzen. Der Grund dafür? Minecraft soll proportionaler werden und dafür sind die bisherigen Arme einfach zu breit. Erste Reaktionen auf den Tweet von Jeppe, dem aktuellen Hauptentwickler Minecrafts, zur Änderung der Charaktergröße fallen jedoch positiv aus. Doch was denkt ihr über die Anpassung? Notwendig oder möchte sich Mojang nur die Zeit vertreiben? Die Minecraft PC Spieler genießen es schon lange, den Multiplayer auf einem Server mit unbegrenzt vielen anderen spielen zu können. Doch auf der Xbox One werden es erstmal nur 8 Spieler sein, die gemeinsam spielen können. Doch dies soll nicht so bleiben. Mit einem der nächsten Updates soll es auch möglich sein, dass mehr als 8 Spieler gemeinsam auf einem Minecraft Xbox One Server spielen können. Ein konkretes Release-Datum für dieses Update gibt es zwar noch nicht, aber es wird angegeben, dass es noch vor August erscheinen sollte. Bekannt geworden ist außerdem, dass die Xbox One-Version des Spiels genau wie auf der PS4 in 1080p, also Full HD, laufen wird. Genauso wichtig wie das Gameplay auf den Konsolen ist auch die Optik und diese wird nun durch ein neues Cartoon-Texture-Pack erweitert, welches auf der Xbox 360 ab sofort verfügbar ist und alles in einen Comic-Look taucht. Star Wars Fans aufgepasst, das Universum wird in Minecraft nachgebaut und das bereits seit 2013 von nur einem Spieler, der schon Unglaubliches geschafft hat, wie ihr in einem in der Videobeschreibung verlinkten Trailer sehen könnt. Das waren sie, die Themen der heutigen Minecraft News Ausgabe. Wir würden uns freuen, mit euch unten in den Kommentaren noch einmal über die geplanten Charakteränderungen zu diskutieren. Ansonsten könnt ihr euch auch gerne unsere letzte Ausgabe der Minecraft News anschauen, die ist rechts verlinkt und es geht da unter anderem um das Thema der Vergleiche von Mojang Sam mit EA oder ihr seht euch den Snapshot der letzten Woche an, der ebenfalls interessante Änderungen zum Einkauf hinzufügte und auch zum baldigen 1.8 Release weiterhin neue Informationen lieferte. Jetzt bedanke ich mich auch für's Zuschauen. Weitere Infos wie immer auf Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram und natürlich an der Webseite www.mein-07.de. Jetzt aber tschüss und bis dahin. Wir sehen uns beim nächsten Mal.